die volkssagen von pommern und rügen sage 221 die zwerge in den neun bergen auf der insel rügen sind allen halben viele zwerge es sind deren drei verschiedene arten weiße braune und schwarze die weißen und braunen sind gute und tun so leicht niemandem etwas zu leide die freundlichsten von ihnen sind die weißen die schwarzen aber welche tausend künstler sind taugen nicht viel sie sind voller trug und schalkheit und man darf ihnen nicht trauen alle diese zwerge halten sich besonders gern in den bergen der insel auf auch in den neun bergen bei rambin sind ihrer viele aber nur braune die in sieben und weiße die in den zwei anderen bergen wohnen sie führen dort ein lustiges leben und haben musik und das schönste essen und trinken vollauf sie haben auch viele menschenkinder bei sich und sie lieben es die schönsten knaben und mädchen den leuten zu stehlen und sie mit in ihre berge zu nehmen wo sie ihnen dienen müssen sie dürfen sie aber nur bis zu einer gewissen zeit behalten denn alle 50 jahre müssen sie das herausgeben was sie bis dahin eingefangen haben dabei ist es denn merkwürdig dass den kindern die in den bergen gesessen haben diese zeit nicht voll an in ihrem alter angerechnet wird und dass keiner darin älter werden kann als 20 jahre und wenn er auch volle 50 jahre in den bergen gesessen hätte wem es glückt von diesen zwergen etwas in seine gewalt zu bekommen zb eine mütze von ihnen oder dergleichen dem müssen sie dienen und er kann alsdann ein sehr reicher und vornehmer her werden es hat schon mancher so sein glück gemacht und man hat rechtartige geschichten davon die hübsch erzählt hat johann wilde vor vielen jahren lebte in dem dorfe roten kirchen auf rügen ein bauer namens johann wilde der wollte gern reich werden und fing das auf folgende listige weise an er ging um mitternacht zu den neun bergen nahm eine brandweinflasche mit und legte sich nieder als wenn er schwer betrunken wäre wie nun die zwerge aus den neun bergen hervorkamen um auf der oberwelt zu tanzen da glaubten sie dass er wirklich betrunken sei und nahmen sich nicht sonderlich vor ihm in acht so daß es ihm glückte einem von ihnen eher desselbe sich dessen versehen konnte seinen gläsernen schuh von dem kleinen fuße zu ziehen mit dem lief er eilig zu hause wo er ihn sorgfältig verbarg die andere nacht aber ging er zu den neun bergen zurück und rief laut hinein johann wilde in roten kirchen hat einen schönen gläsernen schuh wer kauft ihn wer kauft ihn denn er wusste dass der zwerg dann bald kommen würde um seinen schuh wieder einzulösen der armen zwerg musste nun seinen fuß so lange bloß tragen bis er seinen schuh zurück hatte sobald er wieder auf die oberwelt kommen durfte verkleidete er sich als ein reisender kaufmann und ging zu johann wilde dem suchte er den schuh anfangs für ein spottgeld abzukaufen johann wilde pries aber seine ware an bis der kleine ihm zuletzt die kunst anzauberte daß er in jeder fuße die er pflügte einen dukaten finde dafür gab er den schuh zurück nun fing der bauer geschwinde an zu pflügen und so wie er die erste scholle gebrochen hatte sprang ein blanker dukaten ihm aus der erde entgegen und das ging immer so von neuem so oft er eine neue furche anfing daher machte er denn auch bald ganz kleine furchen und er wendete den pflug so oft um als er nur eben konnte dadurch wurde johann wilde in kurzem ein so reicher mann dass er selbst nicht wußte wie reich er war aber es war dies alles sein unglück und er hatte keinen segen davon denn weil er immer des geldes mehr haben wollte so pflügte er zuletzt tag und nacht und tat nichts mehr als pflügen das konnten nun zwar seine pferde wohl aushalten denn er kaufte sich deren eine große menge damit sie immer frische kräfte hätten und desto mehr furchen pflügen könnten aber er selbst wurde durch die viele mühe und arbeit ganz krank und elend und zuletzt fiel er hinter dem pfluge hin und war vor entkräftung plötzlich gestorben seine frau und kinder fanden nach seinem tode einen ungeheuren schatz von dukaten vor davon haben sie sich große güter gekauft und sind nachher reiche und vornehme edelleute geworden fritz schlagenteufel ich habe schon gesagt wie mancher reich und vornehm geworden ist dem es gelang von den unterirdischen zwergen die auf rügen hausen etwas in seine gewalt zu bekommen einen beweis davon gibt fritz schlagenteufel der lebte vor vielen jahren und war ein armer schäferjunge in patzig eine halbe meile von der stadt bergen eines morgens fand er zwischen den hühnengräbern die dort auf der heide liegen ein kleines silbernes glöckchen das war von der mütze eines braunen zwerges der es in der nacht beim tanze im mondschein verloren hatte zu seinem großen unglück denn nächstem verluste ihrer mütze selbst oder ihrer schuhe haben die zwerge keinen schlimmeren verlust als den des glöckleins so sie an der mütze tragen und des spengleins an ihrem gürtel sie können bei solchem verluste nicht eher schlafen als bis sie das verlorene wieder herbeigeschafft haben darum krämte sich der arme zwerg sehr der das von fritz schlagenteufel gefundene glöcklein verloren hatte um sein unglück aber voll zu machen durfte er in der ersten zeit noch nicht wieder aus seinem berge heraus denn die zwerge dürfen nicht immer sondern nur wenige tage im jahre auf die oberwelt kommen als er endlich heraus kam da war sein erstes dass er sein verlorenes glöcklein suchte er konnte es lange nicht finden denn fritz schlagenteufel war unter des von patzig weggezogen nach unruh bei gingst wo er schäferknecht geworden war endlich kam der zwerg auch hierher und sah sein glöcklein wie der schäfer der auf dem felde seine schafe hütete damit klingelte geschwinde verwandelte der zwerg sich nun in eine alte arme frau und suchte dem schäfer das glöcklein mit glatten worten abzuschwatzen das wollte ihm aber nicht glücken denn fritz schlagenteufel wollte das schöne hellklingende glöcklein nicht von sich geben er zog daher zuletzt ein weißes stäbchen hervor das er dem schäfer für sein glöcklein anbot dasselbe preisend dass er damit allerlei zauberei verrichten könne darauf ging schlagenteufel ein und der zwerg bekam das glöcklein zurück das weiße stäbchen war wirklich ein zauberstab der es machen konnte dass alles vieh so damit getrieben wurde vier wochen früher fett ward und zwei pfund wolle mehr trug als anderes vieh dadurch wurde dann fritz schlagenteufel in wenigen jahren der reichste schäfer auf ganz rügen und kaufte sich zuletzt ein rittergut nämlich krabitz bei rambin und wurde selbst ein edelmann seine nachkommenschaft blühet noch sage 224 der leichte pflug es war einmal ein bauer auf der insel rügen der fand als er eines morgens zu seinem felde ging auf einem steinernen kreuze das am wege stand einen schönen blanken wurm der immer auf dem kreuze hin und her lief als wenn er große angst hätte und gern fort wolle und doch nicht könne nachdem das der bauer eine zeitlang voller verwunderung angesehen hatte fiel ihm ein daß die kleinen zwerge des landes wenn sie zufällig an etwas geweihtes geraten daran festgehalten werden und nicht von der stelle können er dachte also daß der wurm ein solcher zwerg sei der nicht von dem kreuze könne und er hoffte dadurch sein glück zu machen und so geschah es auch denn wie er nun den wurm einfing da verwandelte sich der auf der stelle und der bauer hatte wirklich einen kleinen schwarzen zwerg in der hand der krümmte sich nun gewaltig und wollte den bauern entschlüpfen und wie er sah dass das nicht anging gab er gute worte und bat jämmerlich um seine freiheit der bauer aber war klug und sagte zu ihm nur still du kleiner gesell umsonst kommst du nicht los ich werde dich nicht eher wieder zu den deinigen lassen als bis du mir versprichst daß du mir einen pflug machen willst der so leicht ist daß ihn auch das kleinste fühlen ziehen kann die schwarzen zwerge sind böse und tückisch und gönnen den menschen nichts der gefangene antwortete daher dem bauer gar nicht und schwieg mause still und dachte dem anderen werde die zeit schon lang werden und endlich müsse er ihn denn doch wieder freigeben in dem eigensinnigen tückischen schweigen blieb er lange so es half selbst nicht als der bauer ihn prügelte und geißelte daß ihm das blut von dem kleinen leibe floss zuletzt aber als ihn der bauer in einen schwarzen eisernen krabben steckte und ihn so in eine kalte kammer setzte wo der kleine frieren musste daß ihm die zähne klapperten kroch er zu kreuze und er versprach nun den pflug zu liefern darauf ließ ihn der bauer flugs los denn auch diese bösen schwarzen zwerge müssen alles halten was sie versprechen und man hat kein beispiel daß einer sein wort gebrochen hätte am anderen morgen stand vor der tür des bauern ein schöner eiserner pflug der so groß war wie andere pflüge aber so leicht daß ein hund oder ein kind ihn ohne alle beschwerde ziehen und das schwerste land damit pflügen konnte dadurch wurde denn der bauer bald der reichste mann auf der insel sage 225 jochen schulz es lebte einmal auf rügen ein jäger jochen schulz geheißen der zuletzt als kirchenvogt zu bad gestorben ist der war bisher immer glücklich auf der jagd gewesen konnte aber zu einer zeit gar nichts mehr treffen er mochte zielen so rüg und scharf als er nur konnte er dachte gleich dass das nicht mit rechten dingen zugehe aber er konnte nicht hinter den grund kommen da sagte ihm zuletzt eine alte bettlerfrau die er im walde traf die schwarzen zwerge hätten ihm gewiß seinen schuss besprochen und es gäbe keinen anderen rat für ihn als dass er suche etwas von ihnen in seine gewalt zu bekommen wofür sie ihm den schuss wieder freigeben müßten das könne er aber dadurch wenn er zu einer stelle im walde hinschleiche die sie ihm auch anzeigte wo die schwarzen um mitternacht ihre tänze hielten und wenn er eine handvoll hagel mitnehme und den nach ihnen auswerfe wie man erbsen ausstreut dabei müsse er rufen im namen gottes satan weiche von mir was er dann von den schwarzen auch nur mit einem hagelkorn treffe das müssen sie im stiche lassen also that der jäger in der nächsten nacht und wie er am andern morgen nach sonnenaufgang wieder zu der stelle ging um zu sehen was er getroffen habe da fand er einen schönen silbernen gürtel an der erde liegen auf dem noch ein fleck von dem hagelkorn war mit dem er ihn getroffen hatte es dauerte auch nicht lange so fand sich ein kleiner schwarzer zwerg ein dem der gürtel gehörte der mußte dem jäger viele gute worte geben und lange mit ihm handeln zuletzt wurden sie dahin einig dass der jäger sich einen freischuß ausbedungen hat damit er zu gewissen zeiten wohin er auch schieße ein stück wildbrett treffen müsse auch wenn nichts da sei darauf wurde jochen schultz der erste jäger im lande die volkssagen von pommern und rügen von jodogus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage nicht weit von dem dorfe lanken auf rügen in der nähe der granitz wohnte vor zeiten ein bauer mattes pagels geheißen ein böser betrügerischer mensch der hatte einmal seinem nachbarn das land abgepflügt und als dieser ihn verklagte schuhe pagels durch einen eid und brachte auch eine urkunde bei daß das land ihm gehöre so weit als er gepflügt habe und noch wohl weiter so daß sein nachbar den prozeß verlor pagels war aber ein hexenmeister und stand mit den schwarzen zwergen im bunte die nur immer böse sinnen und von diesen hatte er auch die falsche urkunde für solche betrügerei hat ein mattes pagels schwere strafe getroffen schon während seiner lebzeit hatte er keine ruhe und er musste jede nacht in wind und wetter aus dem bette heraus und auf dem abgepflügten lande umgehen und zuletzt dort auf eine buche klettern wo er zwei stunden lang stille sitzen und frieren musste das muß er nun auch noch obgleich er schon über viele hundert jahre tot ist man kann ihn alle nacht da sehen in einem grauen rocke und mit einer weißen mütze auf dem kopfe oft sitzt er auch wie eine schneeweiße eule auf der buche und schreit gar jämmerlich ein pferd ist es nachts nicht an der stelle vorbeizubringen die leute singen auch noch folgendes lied von ihm und seiner buche pakels mit der witte mütze wo kohlt und hoch ist den sitz ob der hoge böck und ob der gruse eck und acht am hohlen thun worüm kannst du nich ruhn darüm kann ich nich rasten dat papier liegt im kasten und mine arme seel brennt in de lichte höll sage 227 das unterirdische wasser zur rote mühle zwei main von pasewald liegt mitten in der forst auf mehreren kleinen hügeln das dörflein rote mühle vor zeiten stand hier auch eine schöne mühle deren bewohner sind einst von räubern überfallen und erschlagen und weil dabei so erschrecklich viel blut geflossen ist hat man das dorf seitdem rote mühle genannt es kam nachher zwar ein anderer müller in die mühle aber es war nach jenem überfalle ein poltergeist in die mühle eingezogen der keine menschen darin ruhe ließ so dass bald niemand mehr darin wohnen wollte und die mühle leer und verlassen stand darauf verfiel sie mit der zeit ganz der poltergeist aber wollte auch nun nicht aus der gegend entweichen und ertrieb jetzt den bach an dem die mühle gelegen war fast ganz in die hügel hinein auf denen das dorf steht so dass der bach über der erde nur noch wenig wasser behielt und im sommer ganz trocken ist seitdem treibt der geist sein unwesen und gepolter im innern der hügel unter dem dorfe man hört ihn dort oft bald lautet es dort hohl als wenn das dorf auf einer brücke stände bald lautet es wie die dumpfen schläge einer münze und das wunderbarste ist dass jeder der es hört des glaubens wird er vernehme es gerade unter seinen füßen das ist nicht nur im dorfe wo jeder meint es sei mitten unter seinem hause sondern auch außerhalb desselben meint man es wenn man auf den hügeln spazieren geht einige leute die sich gewaltig klug dünken nehmen zwar an das klopfen rühre von einem unterirdischen tropferl her allein dazu klingt es viel zu laut und es kommt auch zu langsam denn man zählt in einer minute nur kaum vierzig schläge zuweilen hört man es viele tage lang gar nicht daher glauben andere die sich für noch weiser halten dass unter dem dorfe ein unterirdisches feuer brenne aber dann hätte das dorf wohl schon längst verbrennen müssen das wahre ist dass der poltergeist aus der mühle dort zum zeitvertreib allerlei wasserkünste treibt doch kann auch wahr sein was einige leute sagen nämlich dass in den bergen ein förster umhergehen und poltern müsse zur strafe dass er gegen die armen leute die holz geholt im leben so hart gewesen und ihnen so viele äxte abgepfändet hat im siebenjährigen kriege soll auch einmal ein russischer offizier nach rotemühl gekommen sein der hat sich alles genau gemerkt und gesagt sein vater habe dort in einem großen kriege mit seinem regimente gestanden und als der feind ihm zum rückzuge genötigt hier die kriegskasse vergraben der offizier hat aber von dem gelde nichts wiederfinden können sage 228 die bergschlange im bauerberge bei wolgast zwischen den städten wolgast und lasagne bei dem dorf bauer befindet sich eine anhöhe welche der bauerberg heißt in diesem berge hält sich seit ewigen zeiten eine ungeheuer große schlange auf die von den leuten in der gegend die alte große bergschlange genannt wird die ist ein großer schrecken für die ganze gegend denn wenn sie sich sehen lässt so entsteht ganz sicher irgendein unglück in der nähe entweder ein unvermuteter todesfall oder eine feuersbrunst oder eine große dürre dass keine saat und keine frucht gedeiht und wer sie sieht den trifft es selbst am meisten zuletzt hat sie eine bauerfrau gesehen das war noch vor wenigen jahren nämlich im jahre 1817 am tage darauf das war der 14. junius des genannten jahres an einem sonnenabend entstand auf einmal des nachmittags eine erschreckliche feuersbrunst im dorfe bauer welche in wenigen augenblicken 32 wohnhäuser in asche legte das wunderbarste und schrecklichste dabei war dass die frau welche die alte große bergschlange gesehen hatte auf eine grässliche weise in dem feuer verbrannte 229 die beiden lindwürmer vor langen jahren haben sich einmal in pommern zwei kräulich große lindwürmer aufgehalten welche von den leuten auch haselwürmer genannt wurden einer davon hat seinen sitz gehabt in dem holze bei lasagne der andere in der penemünde heide aus ihren großen rachen und aus ihren schwänzen haben sie feuer und schwefel gesprüht und die ganze gegend haben sie durch grausame räubereien an menschen und vieh in schrägen und angst gehalten zuweilen hat es sich begeben dass sie auf ihren raubzügen einander begegneten dann ist unter ihnen ein fürchterlicher kampf entstanden dass aus ihren schwänzen ganze feuerflammen geflogen sind und die erde weit umher gezittert und gebebt hat nachdem sie lange zeit viel unheil angerichtet taten sich zuletzt die tapferen männer der gegend zusammen und zündeten eines tages von allen seiten das schilf an worin das ungeheuer bei lasagne verborgen lag und gerade seinen mittagsschlaf hielt auf solche weise gelang es ihnen dasselbe zu vertilgen es erhob dabei ein so fürchterliches geschrei dass der andere lindwurm auf der penemünder heide es hörte und nun sofort unter großem klage und angstgeschrei die flucht ergriff er warf sich in die see wo man sein heulen in immer weiterer entfernung hörte bis er zuletzt ganz verschwand einige sagen er sei nach schweden hinüber geschwommen andere meinen er sei in der ostsee umgekommen sage 230 der jungfernberg zu rankwitz bei rankwitz auf usedom liegt ein berg den man den jungfernberg nennt den namen hat er davon erhalten dass einmal vier jungen frauen in dem dorfe gelebt haben die von einer solchen tanzlust besessen gewesen dass sie des sonntags anstatt nach der kirche zu gehen auf diesem berge fort und fort getanzt haben dafür hat sie den gott gestraft indem er sie unter diesem berg begraben hat sage 231 der alte mann im gollenberge dass es in dem innern des gollenberges gar sonderbar aussehen muß hat man schon seit uralten zeiten gewußt obgleich keiner recht genaue kunde davon zu geben vermag nur ein schäfer hat vor vielen jahren folgendes erlebt derselbe hütete eines tages seine schafe an dem fuße des berges und war weil es ein warmer sommertag war um die mittagszeit unter einem baume eingeschlafen auf einmal wurde er wach von den bellen seines hundes den er in das gebüsch hineinlaufen sah er glaubte es sei ihm ein schaf gestohlen und der dieb damit in den busch gelaufen er eilte daher seinem hunde nach der immer weiter lief zuletzt stand dieser vor einem großen steine still und kratzte und scharte an demselben wobei er fortwährend laut heulte dem schäfer fiel dies auf und er wurde neugierig zu wissen was der hund haben möge er wälzte deshalb den stein auf die seite und nun sah er eine große öffnung die der stein bedeckt hatte und unter derselben ein tief in die erde hineingehendes altes gemäuer in dieses stieg er hinein und kam an einen schmalen gang der in den goldenberg hineinging und immer schmaler wurde der schäfer ging ihm zu ende wohl eine ganze stunde lang bis er zuletzt an eine große eiserne thür kam als er mit seinem schäferstab an dieselbe stieß fiel sie wie staub auseinander und er stand jetzt in einem großen und hohen gemache in welchem rundherum alte waffen und gemälde hingen auch die waren aber so alt dass bei der geringsten berührung alles in staub zerfiel an dem gemache war eine zweite tür der schäfer stieß sie ebenfalls ein und kam nun in ein anderes gemach in diesem saß an einem tische ein ganz alter alter mann in einer kleidung wie sie der schäfer noch nie gesehen hatte vor ihm lag feder und papier auf dem papier war noch etwas geschrieben was man aber nicht mehr lesen konnte als der hirt näher herantrat fiel von der erschütterung des geschehens alles in staub er ging darauf weiter durch eine dritte tür die er wie die vorigen mit seinem stocke einstieß und nun war er auf einmal in einem großen saale der voller schätze lag er sah hier ganze haufen von goldenen und silbernen geräten säcke mit gold und silbergelde standen in reihen umher und perlen und edelsteine lagen dazwischen da griff er mit beiden händen zu und steckte zu sich so viel er zu fassen vermochte damit lief er zurück so eilig er konnte als er nachher wieder hin wollte war alles verschwunden er konnte nicht einmal den stein wiederfinden unter welchem der eingang gewesen war sage 232 die vier eichen bei stolzenburg in der forst bei stolzenburg zwischen stettin und uckermünde standen früher vier eichen die von ganz besonderem holze gegen die anderen eichen auch viel kleiner und dünner waren obgleich sie ebenso lange standen als die ältesten eichen in der forst man erzählt sich daß vor zeiten einmal ein förster unter diesen vier bäumen einen wilddieb getroffen den er hat gefangen nehmen wollen der dieb hat sich aber zur wehre gesetzt und beide haben zuletzt zu gleicher zeit aufeinander geschossen jeder auch seinen feind getroffen so daß sie beide tödlich verwundet zur erde gefallen sind wie sie da nun sterbend liegen da erkannten sie einander daß sie brüder sind die sich seit vielen jahren nicht gesehen hatten und sie verfluchten die stelle wo der doppelte brudermord geschehen ist von der zeit an haben die vier eichen um keinen zollbreit mehr wachsen wollen eine davon ist vor einigen jahren gefällt die drei anderen stehen aber noch ende von abschnitt 36 abschnitt 37 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 233 der teufelsdamm im galenbecker see auf der grenze zwischen pommern und mecklenburg liegt der galenbecker see in diesem sieht man die überbleibsel eines ungeheuren nicht ganz fertig gewordenen dammes der gerade mitten durch den see geht dieser damm heißt der teufelsdamm und man erzählt sich über seine erstehung folgendes vor zeiten lebte in der gegend ein schäfer der musste alle morgens seine herde fast rund um den see auf die weide treiben und ebenso musste er auch einen solchen umweg machen wenn er sie des abends in den stall zurücktrieb das verdroß den schäfer und er wünschte sich manchmal im stillen und laut dass doch durch den see ein damm gehen möge auf dem er geraden wege seine schafe treiben könne eines abends als er mit seiner herde zu hause zurückkehrte und es ein wüstes wetter war verspätete er sich so dass es fast mitternacht wurde wie er noch immer an dem see war als er nun wiederum seiner gewohnten weise nach den umweg verwünschte den er nehmen musste da trat auf einmal ein wandersmann an ihn heran der hörte mit stillem lachen seinen klagen zu und sagte dann da wäre zu helfen einen damm durch den see baue ich dir wohl leicht wenn dir so viel daran gelegen ist du musst mir nur versprechen dass du dafür auf immer mein eigen sein willst das kann dir ja nichts verschlagen denn ich bin selbst nur ein einfältiger hirte wie du und wenn du mir eigen bist so bin ich ja auch dein solchen gewagten und arglistigen reden hörte der hirt wohl an mit wem er es zu tun habe und dass es der teufel sei anfangs übernahm ihn die angst bald aber fasste er sich ein herz und er antwortete kamerad das soll ein wort sein was du sagst aber unter der bedingung dass der damm vor dem ersten harnenrufe fix und fertig ist das sagte ihm der teufel zu und der schäfer mußte nun auf befehl des teufels ein junges schwarzes lamm schlachten von dem trank der teufel das warme blut auf währenddessen schlug die thurmglocke in dem nahen dorfe mitternacht auf einmal erhob sich in dem walde der den see umgab ein fürchterliches brausen des sturmes und nun sah der schäfer wie der teufel in dem sturme hin und her flog und die größten eichen anpackte und aus der erde riss wie man unkraut ausjädet und sie in den see hinein warf eine neben der andern und übereinander so dass sie sich zu einem breiten hohen damm zusammenfügten der immer größer wurde und der und dem anderen ufer des sees sich immer mehr näherte der schäfer als er den pakt einging hatte in seinem sinne gedacht der teufel werde in einer nacht mit dem damme unmöglich fertig werden als er aber jetzt sah wie geschwindet das werk dem bösen von der hand ging da geriet er in große angst doch klug wie er war besann er sich auf eine list und er fing an zu krähen wie ein hahn damit der teufel glauben solle der hahn habe wirklich gekräht und solle seine arbeit fallen lassen bevor sie fertig sei aber der teufel merkte die list und sagte lachend zu ihm die stimme kenne ich schäfer der hahn verdirbt mir mein werk noch nicht und nun arbeitete er nur desto emsiger weiter daß der damm schon bald fertig war und dem schäfer immer banger wurde der besann sich vergebens auf ein anderes mittel den klauen des satans zu entgehen es wollte ihm nichts einfallen da fing er zuletzt in seiner todesangst so laut und schreiend an zu krähen daß es natürlich lautete als wenn ein hahn den regnenden morgen ankündigt und der teufel glaubte das sei ein wirklicher hahn der gekräht er rief das ist der rote hahn und warf zornig den baum den er gerade gefasst hatte mitten in den see hinein und verschwand eilig unter blitz und donner andere sagen dies letzte krähen sei von der mutter des schäfers geschehen welcher sich dieser in seiner angst entdeckt und welcher es weil sie eine sehr gottesfürchtige frau gewesen gelungen sei den teufel zu betören der damm welcher auf solche weise nicht fertig geworden geht wie eine schmale landzunge in den see hinein sage 234 der teufelsdamm im naugarder see wenn das wasser in dem see bei naugard ruhig ist so sieht man darin einen damm der bis gerade in die mitte des sees hineingeht derselbe soll auf folgende weise entstanden sein es lebte vor zeiten einmal in der gegend ein schäfer der mit dem teufel einen kontrakt gemacht hatte dass diese einen damm durch den ganzen see bauen sollte der schäfer musste dem teufel dafür eins von seinen kindern versprechen er musste den damm aber in einer einzigen nacht fertig machen und der kontrakt sollte nicht gelten wenn er ihn vor dem ersten hahnenschrei nicht ganz fertig hatte wie nun aber der schäfer zu hause kam da überfiel ihn eine große angst und er gestand seiner frau was er getan hatte diese besann sich nun geschwinde auf eine list und sie ging ehe der tag graute in den hühnerstall und reizte den hahn daß er krähen mußte der teufel hatte damals den damm erst gerade bis auf die hälfte fertig und mußte deshalb mit schimpf abziehen die schätze in greifswald in der stadt greifswald und zwar besonders in dem theile welcher der schuhhaken genannt wird und welcher der älteste theil der stadt ist sollen viele schätze verborgen liegen von denen man sich allerlei erzählt unter anderem kam vor noch nicht langer zeit zu einer frau in der langen fuhrstraße drei nächte hintereinander ein kleines männchen den die leute einen glücksboden aus der unterwelt nennen und forderte von ihr daß sie in den schuhhaken gehen solle wo sie an einer stelle die er ihr bezeichnete einen großen schatz finden werde anfangs wollte die frau nicht in der dritten nacht aber entschloß sie sich hinzugehen weil auch ihr mann ihr viel zuredete als sie an die bezeichnete stelle kam fand sie aber nichts als einen großen kehrichthaufen von bohnenranken hobelspänen und dergleichen darüber ärgerte sie sich sehr und nur um ihrem manne zu zeigen daß er sein zureden hätte sparen können nahm sie eine bohnenranke und einige hobelspäne mit sich die warf sie als sie wieder zu hause gekommen war ihrem manne in die werkstätte mit den worten da hast du den jux aber wie verwunderten sich die guten leute als sie näher die sache besachen und nun auf einmal entdeckten daß die bohnenranke eine schwere goldene kette und die hobelspäne lauter silberne löffel waren die frau lief nun zwar geschwinde noch einmal in den schuhhaken aber sie konnte von dem kehrichthaufen nichts wieder auffinden ein solcher glücksbote kam auch zu einer anderen frau indem er ihr eine stelle im schuhhaken anzeigte wo sie einen schatz finden werde der nur eine handbreit mit erde bedeckt sei weil die frau gerade in wochen lag so teilte sie ihrem manne die botschaft des glücksboten mit der ging denn auch zu der angezeigten stelle wie er aber da nichts als einen korb mit fischhuppen fand so wurde er ärgerlich und nahm davon eine hand voll die er seiner frau mit den worten auf das bette warf da ist der schatz in dem augenblicke aber sah er daß die fischhuppen lauter blanke thaler waren auch er ging nun zwar noch einmal zu der stelle er fand aber nichts mehr dort sage 236 der grenzwächter zu einer zeit war großer streit zwischen den mecklenburgern und pommern über die rechte landesgrenze man hatte seit jahren nicht mehr auf sie geachtet und die ältesten leute wussten sich nicht zu erinnern wo sie herging da kam zuletzt ein ganz alter förster der zeigte sie an und sagte sonder allem zweifel hier ist sie gewesen man verwunderte sich zwar woher der mann das so genau wissen könne allein man glaubte ihm nachdem er einen eid für die wahrheit seiner worte geschworen hatte dieser förster war aber von den mecklenburgern mit gelde bestochen das er zu ihren gunsten aussagen mußte dafür traf ihn denn alsbald die gerechte strafe er verfiel noch desselbigen tages da er geschworen in wahnsinn und starb eines jämmerlichen todes seitdem muß er nun jede nacht wie ein feuriger grenzwächter an der grenze auf und ab irren der feuerkönig auf dem see grundersee zwischen stettine und uckermünde liegt der see grundersee in diesem hauset ein wildes gespenst welches das volk den feuerkönig nennt denn er kommt jedes mal wenn es sturm geben soll plötzlich in einem kleinen leichten karne auf den wellen des sees daher geschifft eine feurige krone auf dem kopfe in einer feurigen rüstung und mit einem glühenden schwerte in der hand um seine schultern fliegt ein blutroter mantel man sieht ihn oft so und es ist gefährlich sich ihm zu nahen einst hat dies ein fischer gewagt obgleich seine kameraden ihm abgerathen haben er hat den feuerkönig fragen wollen warum er denn immer komme den sturm zu verkünden aber am andern morgen hat man ihn in seinem karne tod gefunden sage 238 der strand zwischen swine und dieveno auf dem strande zwischen der swine und der dieveno ist es von alten zeiten her nicht geheuer gewesen und man hat schon allerlei wunderliche gestalten dort gesehen so hatte um das jahr 1500 der herzog bogislav seinem kanzler jürgen kleist das amt zu usedom eingetan worauf dieser oft über die swine ziehen musste als er nun auch einmal in der nacht des weges fuhr und von der swine nach der dieveno zurückkehren wollte da ist ihm eine sehr seltsame geschichte widerfahren es wurde nämlich der himmel plötzlich finster und es war so dunkle nacht daß man weder sterne noch menschen sehen konnte und jürgen kleist und seine diener nicht mehr wußten wo hinaus sie sollten da hörten sie auf einmal auf der seite eine stimme die rief hierher hierher derselben wollten die knechte folgen aber der kanzler verbot ihnen das denn er wußte wohl daß in der nacht allerlei teufels gespenst herum zu wanken pflegt er befahl ihnen daher in demselben wege weiter zu fahren in dem sie einmal waren die stimme schrie unter des immer heftiger hierher hierher und wie man nicht darauf hörte da kam ein feuriger mann daher der ganz nackt war bis auf einen feurigen mantel den er umgehangen hatte derselbe machte sich dicht an den wagen griff die lehne an und lief also neben dem wagen her er sagte kein wort und sah nur den jürgen kleist ohne unterlass starr und heftig an zuweilen schlug er seinen feurigen mantel auseinander dann konnte man ihn in den leib hinein sehen und es sah darin aus als wenn rippen und alles wie höllisches feuer wären in dem laufen wurde das gespenst immer größer und größer dass es zuletzt mit dem kopfe bis an den himmel reichte auf die länge da ihm niemand ein wort sagte ließ es von dem wagen ab und schlug seinen mantel ganz auf und nun schüttete es aus demselben große flammen heraus wie aus einem brennenden meiler dann gab es ein großes tiefes grunzen von sich und darauf verschwand es jürgen kleist und seine knechte waren so erschrocken geworden dass sie es in vielen tagen nicht verwinden konnten ein hund der bei dem wagen war hat sich über das gespenst so gefürchtet dass er vor angst zwischen die räder gelaufen ist und geheult und gewinzelt hat als sollte er sterben dieses sagt man sei dem kanzler begegnet weil er nicht an das fegefeuer hat glauben wollen und habe ihn unser herrgott durch das gesicht bekehren wollen andere meinen es sei ihm zur warnung und zum zeichen gewesen weil er viele unpflicht im lande aufgebracht habe ein ähnliches abenteuer hatte ein andermal der edelmann jakob flemming an derselben stelle dieser reisete auch einmal im finstern am strande zwischen der swine und dieveno da fingen auf einmal den knechten die peitschen an zu brennen und wie sie das feuer abschlugen so flog es in den wagen hinein in welchem jakob flemming saß und lief darin umher des erschrak ein knabe der vorn im wagen saß dermaßen dass er unter den wagen fiel in demselben augenblicke kam auch eine große feurige kugel die ebenfalls unter den wagen fiel und als nun nach dieser die knechte stechen wollten da hätten sie schier den armen knaben erstochen wenn er nicht früh genug aufgestrien hätte diesem jakob flemming soll das zur strafe geschehen sein denn er hat gräulich geflucht und wenn er jemandem böse wurde so hat er ihm angewünscht dir soll unglück bestehen abschnitt 38 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 239 die drei lichter am heiligen drei königs abend auf dem lande zu usedom liegt ein klein beflossenes ländchen görmitz oder görms geheißen darauf hat sich in früheren zeiten alle jahre ein gar seltsam ding begeben auf den heiligen drei königs abend nämlich sind in der nacht drei lichter wie feuerblasen aus dem salzigen meere und aus dem frischen hafe gekommen und lange in der luft herumgeschwebt bis sie zuletzt an einem dornbusche in der nähe des dorfes neudorf zusammengekommen als dann haben sie das selbst gesprungen und getanzt als erfreuten sie sich überaus sehr bis sie zuletzt in den dornbusch hineingegangen und darin verschwunden sind was dies gewesen ist mag unser herrgott wissen aber es ist wundersam dass es immer gerade auf den abend geschah und sonst auf keine andere zeit sei die evangelische lehre in das land gekommen sollen die drei lichter sich nicht mehr sehen lassen obgleich einige meinen man könne sie noch zu zeiten erblicken sage 240 der schimmelreiter bei pasewalk bei pasewalk liegen tiefe wiesengründe die hellen genannt in denselben sieht man nacht für nacht bis der morgen grauet auf einem schneeweißen schimmel einen schwarzen reiter ohne kopf auf und ab jagen dieser reiter ist im dreißigjährigen kriege ein großer kriegsheld gewesen der aber sehr viele grausamkeiten und untaten ausgeübt hat dafür muß er nun jede nacht ohne kopf herumjagen und er hat nicht eher ruhe als bis ein grab das niemand kennt entdeckt wird und ein frommer mann an demselben für seine erlösung betet sage 241 der mann ohne kopf in piritz ein teil der stadt piritz heißt das münzviertel darin hat in alten zeiten ein nonnenkloster gestanden da wo noch jetzt das alte schulhaus liegt zur zeit des dreißigjährigen krieges sollen noch nonnen in dem kloster gewesen sein nach diesem kloster sieht man in jeder silvesternacht vom kirchhofe der stadt aus in einem wagen einen großen mann fahren der keinen kopf hat die pferde vor seinem wagen sind ebenso ohne kopf hiervon sprechen die leute allerlei einige sagen der mann sei ein verwandter einer nonne die im kloster gewesen sei und die er alle jahre einmal zu besuchen komme andere meinen der mann sei ein liebhaber der nonne gewesen die meisten erzählen sich aber folgende geschichte vor alten zeiten hat in der gegend ein boshafter und habsüchtiger mann gelebt dem seine schwester hinterlich gewesen eine große erbschaft zu machen er hat sie deshalb heimlich und mit gewalt in das kloster bringen lassen wo sie hat nonne werden müssen und zu den leuten hat er gesagt sie sei gestorben erst auf seinem sterbebette hat er seine missetat entdeckt und nun ein großes verlangen gehabt seine schwester nur noch einmal zu sehen dazu ist er aber nicht mehr gekommen denn er ist gleich darauf gestorben zur strafe hat er nun im grabe keine ruhe und er muss alle jahre einmal ohne kopf auf einem glühenden wagen nach dem kloster fahren der spuk auf der brücke zu püritz auf dem wege von püritz nach staggart liegt eine steinerne brücke auf der man oft ein seltsames gespenst seht im siebenjährigen kriege nämlich als die russen in diese gegend kamen war dort ein alter mann der mit seinem kleinen sohne vor dem feinde zur stadt flüchten wollte gerade auf dieser brücke aber wurde er von den russen überfallen und samt seinem kinde erschlagen diesen alten mann nun sieht man des nachts an der brücke er steht mitten auf derselben sein todeskind im arme beide in hellgrauem zeuge auf dem man viele blutflecken sieht noch vor wenigen jahren hatte ihn ein bauer aus presen gesehen dieser kam in der nacht des weges um korn nach der stadt zu fahren als er an die brücke kam blieben auf einmal seine pferde stehen und wollten mit aller gewalt nicht hinüber der bauer stieg daher zuletzt vom wagen und faßte die pferde am zügel während seine knechte auf die tiere losschlagen mussten so gelang es endlich die tiere die vor angst am ganzen leibe zitterten und schwitzten in bewegung zu setzen kaum war dies aber geschehen als sie mit solcher gewalt sich losrissen und davonflogen dass der bauer und seine knechte sie erst vor dem tore der stadt püritz wieder fanden als die leute bei dieser gelegenheit sich umsahen haben sie das gespenst erblickt sage 243 der teufel in greifenberg es ist schon länger als zweihundert jahre her als in der stadt greifenberg ein armer knabe lebte eines kammern herrn sohn dem schon in seinem sechsten jahre seine beiden eltern gestorben waren es hatte ihn nach deren tode seines vaters schwestermann zu sich genommen der war aber sehr hart gegen den knaben weil er ihn ernähren kleiden und zur schule halten musste ohne dafür kostgeld zu bekommen und wie das kind kaum elf jahre alt war da jagte er es unbarmherziger weise von sich und hieß es gehen wohin es wolle der arme knabe verließ darauf die stadt und nahm sich vor gen danzig zu gehen wo noch freundschaft seiner mutter wohnte er versprach sich aber auch davon wenig da er so sehr hart von den menschen bis jetzt war behandelt wurden in solchen traurigen gedanken ging er weiter und beachtete es nicht dass er in die irre geraten war wie er nun einmal in der freitagnacht ganz verlassen da lag so trat auf einmal der böse feind in der gestalt eines schwarzen mannes zu ihm und beretete ihn dass er nach zwölf jahren sein eigen sein und ihm darüber eine handschrift mit seinem blute geben wolle wogegen er ihm versprach daß er ihm in dieser zeit allen halben wo er es nur begehrte die schlösser eröffnen ihm auch sonst geld genug verschaffen werde der knabe erschrak zwar anfangs und konnte sich nicht entschließen aber der teufel ließ ihm keine ruhe brachte auch gleich papier und feder hervor und hieß ihn sich in den mittelfinger der rechten hand zu schneiden das blut in die feder laufen zu lassen und also zu schreiben das that der knabe und das blut sobald er die feder voll hatte fing von selbst an sich zu stillen daß es ihm am schreiben nicht hinderte also schrieb er die handschrift acht zeilen groß mit solchen worten daß er seinen gott verschwor dagegen alles bekomme was er begehre daß er davon nicht zurückkehren könne sondern nach zwölf jahren dem teufel eigen sei mit leib und seele darauf stellte ihm der teufel ein buch zu worin allerlei gehörnte tiere rot abgemalt und hebräische butstaben geschrieben waren und sagte ihm dabei wenn er dieses buch bei sich habe so sei es ebenso viel als wenn er der teufel selber bei ihm wäre der satan verschwand hierauf der knabe aber wurde noch dieselbe nacht bis nach oliva und dann sie geführt von nun an zog er viel in der welt umher und lebte gut da ihm der teufel immer geld wenn auch nur in lauter halben groschen verschaffte nur musste er auf befehl seines meisters stets in zerrissenen kleidern umhergehen sich auch der schule kirche und des gebets enthalten und wenn er ja vor der mahlzeit einmal ein gebet hatte sprechen müssen so musste er alle speisen so durch dieses gebet gesegnet war wieder von sich brechen solches leben trieb er an fünfte halb jahre da kam er eines tages nach greifenberg zurück und der teufel sagte ihm er solle die nacht in ein haus gehen und sich all da geld holen das tat der knabe und jener öffnete ihm die verschlossenen spinde und kontore und übergab ihm vieles geld so darin lag darüber wurde das verführte kind aber ergriffen und von der obrigkeit eingezogen nachdem er nun hier alles ausgesagt was der teufel für händel mit ihm betrieben hat man ihn dem geistlichen der stadt magister dionysus friedeborn einem überaus gelehrten theologen und dessen kollegen magister baldassar simon übergeben die haben ihn täglich besucht und ermahnt auf den kanseln für ihn gebetet und sich viele mühe gegeben ihn aus des teufels stricken und banden zu erretten dem widersetzte sich der teufel mit aller seiner macht also dass er das kind jetzt leibhaftig besaß und schreckliche worte aus ihm redete der arme knabe verzweifelte darüber an gottes gnade doch nahmen die geistlichen herrn sich seiner so gewissenhaft an und leisteten dem teufel so tapferen widerstand dass er zuletzt begehrte er wolle in die kirche gehen darin öffentlich beichten und sich das heilige sakrament reichen lassen das hat er denn getan an einem sonnabend morgen im beisein vieler zeugen wie wohl mit großer angst und mit zittern und schweiß allein dies konnte ihm noch nicht helfen denn nun erschien in der darauf folgenden nacht der teufel vor ihm und schallt ihn entsetzlich und forderte das buch von ihm zurück so er ihm vor fünf jahren gegeben das hatte der knabe nicht denn er hatte es weit weg vergraben und deshalb drohte er ihm er solle seine handschrift nicht eher zurückhaben als bis das buch wieder herbeischaffte dabei quälte und ängstigte er den armen entsetzlich also dass alle gebete der geistlichen ihn nicht aufrichten konnten endlich brachte man ihn in die kirche allda mußte er eifrig beten die predigt anhören und als dann nach vorgegebenem öffentlichem gebet kniend vor dem altare seine handschrift widerrufen aufs neue dem teufel mit allen seinen werken und wesen entsagen den christlichen glauben ganz nach sprechen und darauf zum tische des herrn gehen so dann rief die ganze christliche gemeine gott an dass der teufel durch dessen gnade und altmacht gezwungen werde die handschrift dem knaben wieder zu bringen damit er öffentlich zu schanden gemacht werde solches wirkte denn auch so viel daß der teufel in der nächsten nacht nach elf uhr mit einem gräulichen brausen zu dem knaben kam und ihm seine handschrift vor den kopf warf mit diesen worten ich bin deinethalb und genugsam darum geschoren von der zeit an ist der knabe von dem bösen feinde befreit geblieben die obrigkeit hat ihn auf freien fuß gesetzt und er hat sich so wohl gehalten daß er unter der kaiserlichen armee mit ruhm eine korporalschaft bedient hat solches ist geschehen im jahre 1624 sage 244 der schussfeste general in der zeit des dreißigjährigen krieges war in greifswald ein alter österreichischer general namens perusius kommandant der stadt die leute nennen ihn noch den alten general bruse dieser verstand die kunst sich gegen kugeln festzumachen und es hatte ihm deshalb in allen gefechten die er mitgemacht hatte keiner etwas anhaben können in einem gefechte mit den schwedischen wurden einmal mehr als zwanzig kugeln hintereinander auf ihn abgeschossen ohne dass sie ihm schaden taten zuletzt aber kam ein schwedischer soldat der einen geerbten silbernen knopf in der tasche hatte den ladete er in sein gewehr und damit erschoss er den general denn gegen solche geerbte knöpfe schützt keine schwarze kunst dies geschah auf dem rosenthal bei greifswald wo der geist des alten generals des nachts noch herumgehen soll ende von abschnitt 38 abschnitt 39 von die volkssagen von pommern und rügen von jodokus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 245 der schwarz künstler in eldenahr vor ungefähr 200 jahren hatte der damalige hauptmann chample zu eldenahr einen informator bei seinen kindern namens christoph böhm aus annaberg in sachsen dieser hatte einen kleinen zaubergeist der ihm zu gewissen zeiten als eine schöne dame unter dem namen laureta erschien und ihm zu diensten war er hatte diesen geist als er zu leipzig studierte von seinem stubengesellen in einem zugetrunkenen glase überkommen und konnte sich seitdem nicht von ihm trennen anfangs verspürte man nichts davon der informator der zugleich kandidat der theologie war predigte vielmehr in der kirche zu wieg öfters und mit vielem beifall zuletzt geschah es aber dass der älteste sohn des hauptmanns welcher zu greifswald studierte mit einigen anderen studenten herausgekommen war um nach der scheibe zu schießen dabei war es denn allen verwunderlich wie auf einmal einigen von ihnen die gewehre besprochen waren so dass sie gar nicht losgehen wollten durch das sonderbare betragen des kandidaten bekam man alsbald verdacht auf ihn dieser zauberei halben der hauptmann fing daher an gegen ihn zu inquirieren und obgleich er zuerst nichts gestehen wollte musste er doch zuletzt nachdem man ihn auf die tortur gebracht hatte von dem pakt den er mit dem teufel geschlossen und von seinem ganzen sündhaften leben mit dem geiste ein getreuliches und vollständiges bekenntnis ablegen er wurde hiernächst auf dem hof platze zu eldenar enthauptet sage 246 sidonia borken vor ungefähr 200 jahren lebte einmal in pommern ein adliges fräulein aus einem alten und vornehmen geschlechte sidonia von burke geheißen von der sagen die leute dass sie eine arge hexe und sauberin gewesen sei einige behaupten zwar dies sei nicht wahr und sie sei unschuldig gewesen aber es ist doch nicht zu leugnen dass sie zu stettin vor dem tore als hexe öffentlich verbrannt ist in ihrer jugend soll sie ganz ausnehmend schön gewesen sein und weil sie auch reich und vornehm war begab sie sich an den hof der herzoge von pommern zu volgast und stettin schon da soll sie angefangen haben zu hexen denn der herzog ernst ludwig zu volgast entbrannte dergestalt in liebe zu ihr daß er sie mit aller gewalt heiraten wollte die stettinischen fürsten wollten dies aber nicht zugeben brachten es vielmehr zuwege daß der herzog das schönste fräulein heiratete so dazumalen in deutschland war nämlich die prinzessin hedwig von braunschweig darüber geriet sidonia borken in einen großen zorn und sie fuhr in ihren bösen künsten nun dadurch fort daß sie die sechs jungen fürsten welche in damaliger zeit zu stettin waren und sämtlich junge gemahlinnen hatten also verzauberte daß sie ohne erben sterben mußten darauf ging sie aus vertruß in das jungfrauenkloster zu marienvlies zwischen staggart und freien walde in hinterpommern hier soll sie nun einen sehr ärgerlichen boshaftigen lebenswandel getrieben haben und sie hat fast nichts getan als sich mit zauberei abzugeben insbesondere hat sie bekanntschaft gemacht mit einer alten zauberin wollte albrechts von dieser hat sie einen kleinen zaubergeist namens jim gekauft der ihr nun zu allen ihren teufelskünsten geholfen der selber hat für gewöhnlich die gestalt einer katze gehabt er hat aber auch manchmal sich als ein dreibeiniger hase mit einem weißen ringe um den hals gezeigt sie hat ihn überall hingeschickt wenn sie ihre feinde hat quälen oder ums leben bringen lassen so hat sie ihn auch insbesondere einmal nach dem dorfe böck gesandt dort war ein prediger namens lüdecke der hatte öffentlich auf der kanzel über ihr ärgerliches leben geschimpft dafür schickte sie flux ihren schimm zu ihm daß er ihm den hals umdrehen mußte wovon der arme mann eines gar schrecklichen und erbärmlichen todes gestorben ist wenn sie nun so jemanden hat töten oder matern lassen dann hat sie sich die hände gerieben und den spruch getan so krabben und kratzen meine hunde und katzen auch hatte sie immer grüne besen kreuzweise unter ihrem tische liegen und soll die gewohnheit gehabt haben sich drei donnerstage nacheinander in demselben wasser zu baden wenn ihr gesinde zu bette gegangen hat sie sich gewöhnlich hingesetzt und den judas psalm gebetet als ihr schimm auf die letzte etwas schwach geworden und nicht alles was sie gewollt mehr hat ausführen können hat sie sich von der wollte albrechts deren geist welcher jürgen geheißen zur hülfe geben lassen solche zauberkünste hat sie getrieben bis sie an die achtzig jahre alt geworden da hat man zuerst die hexerei der wollte albrechts entdeckt und diese hat darauf als man sie auf der folterbank peinlich gefragt auch von der sidonia borgen alles bekannt man hat so dann auch diese letztere vor gericht gezogen anfangs hat sie hartnäckig geleugnet und sich für unschuldig erklärt zuletzt aber als man auch sie peinlich gefragt hat sie all ihre gräueltaten zugestanden deren dann eine menge an den tage kommen sie ist darauf im jahre 1620 vor dem mühlentore zu stettin enthauptet und ihr körper verbrannt worden man sagt dass dabei aus dem scheiterhaufen eine elster in die höhe geflogen sei ihre seele soll man in gestalt dieses vogels noch jetzt oft in der abendämmerung vor dem mühlentore herumfliegen sehen selbst während ihres hexenprozesses hat sie das zauber nicht unterlassen können so lebten zu damaliger zeit zwei herren von melentin die reiseten eines tages zwischen schlötenitz und gelin und wie sie dabei über den prozess der sidonia borgen sich unterrichteten erhob sich urplötzlich ein so gräuliches stürmen und brausen in der luft daß die pferde vor dem wagen sich losrissen und davon liefen sie wurden erst bei starkart ganz verschüchtert wiedergefunden das zauberwesen wodurch sie die sechs fürsten zu stettin und wahrscheinlich auch deren gemahlinnen unfruchtbar gemacht soll sie ihrem eigenen geständnisse nach in ein schloß festgeschlossen und dann in den see zum marienvlies versenkt haben viele leute halten die sidonia borgen aber auch noch für ganz unschuldig sie soll kaifischer und neugieriger natur gewesen sein und dabei abergläubig so daß sie sich gern mit alten wahrsagerinnen abgegeben darum habe man denn die unwahren anklagen gegen sie erhoben daß sie selbst eine zauberin sei welche von ihr nur durch die grausamen qualen auf der tortur mittels geständnisses bestärkt worden sind der unschuldige hexenmeister in dem dorfe boldenhagen im kreise greifswald lebte einmal ein frommer kluger mann der für einen hexenmeister gehalten wurde er wurde daher an einen pfahl gebunden um lebendig verbrannt zu werden da sprossen aber auf einmal drei frische grüne zweige aus dem pfahle heraus und nun erkannten alle leute daß er unschuldig sei worauf sie ihn am leben ließen sage 248 die verbrannte hexe zu hohen dorf in dem dorfe hohen dorf im kreise greifswald lebte einmal eine küsterfrau die eine hexe war sie wußte sich zwar sehr fromm und gottesfürchtig zu stellen so daß sie die bibel auswendig wußte und daß der pfarrer von ihr sagte sie sei eine seiner andächtigsten zuhörerinnen aber ihre teufel streiche kamen zuletzt doch ans tageslicht und sie wurde nun zum feuertode verurteilt dann nahm der prediger der noch immer an ihre schuld nicht glauben wollte mit ihr die abrede daß sie nach ihrer hinrichtung ihm erscheinen solle wenn sie unschuldig sei als eine taube sonst aber als ein rabe nachdem sie nun aber hingerichtet war da erschien auf einmal dem prediger ein schwarzer rabe der schrie deutlich quarks quarks gott einmal verschworen derselbe ewig verloren darauf erkannte der prediger daß er sich doch geirrt habe und das kirchgehen und bibel lesen allein es nicht tun sage 249 die hexenmütze und der kreuzdornstock in der stadt krimmen gab es früher viele hexen so wie die stadt auch noch jetzt in dem rufe der hexerei steht einstmals sollten da selbst zwei hexen zu gleicher zeit verbrannt werden die eine davon starb bald die andere aber konnte gar nicht zu tode kommen denn das feuer des scheiderhaufens stieß immer von ihr ab anstatt sie zu ergreifen da kam ein mann mit einem kreuzdornstock herbei mit dem stieß er der hexe welche maria krüger hieß eine schwarze mütze vom kopfe die man ihr gelassen hatte mit einem male flog ein schwarzer rabe von ihr und nun verbrannte sie augenblicklich sage 250 das gespenst zu hohen bünzow zu weihnachten des jahres 1687 hat sich in dem pfarrhause des dorfes hohen bünzow ein gar sonderbarliches gespenst eingefunden es erschien am ersten weihnachtstage als der pastor nicht zu hause sondern zur verrichtung von predigen nach rubko gereist war an dem abend dieses tages wie es etwas finster geworden und seine frau und tochter sich in der stube mit singen und beten beschäftigten erschien das gespenst auf einmal in der stubentür und hat bald wie ein hund gebellt bald geschrien wie ein ziegenbock bald an der stubentür gekratzt und gewaltsam gerissen um sie zu öffnen das hat also lange gedauert obgleich die frau und tochter des predigers fleißig am beten verblieben bis zuletzt die tochter mutgefasst und an die tür getreten und mit lauter stimme ausgerufen du teufel du höllische schlange des weibes samens soll dir den kopf zertreten worauf der geist von der stubentüre gewichen und zu der küchentüre gegangen in der küche war die magd des pfarrers dieser hatte mut und nahm zwei stücke holz die war sie nach ihm so dass sie ins kreuz zu liegen kamen da fuhr er plötzlich durch die verschlossene haustüre ab einen gräulichen gestank hinter sich zurücklassend dabei hat man dann vermerkt dass es der teufel selbst sein müsse denn er hat einen langen schwanz und einen großen pferdefuß gehabt man hat das gespenst nicht wieder gesehen Ende von Abschnitt 39 Abschnitt 40 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von J. D. G. Timme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Sage 251 Die sieben bunten Mäuse Vor langer Zeit lebte zu Putmin auf Rügen eine Bauernfrau Die hatte sieben Kinder, welches lauter Mädchen waren Das älteste zwölf und das jüngste zwei Jahre alt Die Kinder waren alle übereinst gekleidet und trugen bunte Röcke und bunte Schürzen und rote Mützen Da trug es sich einst auf einen Karfreitag zu, dass die Frau mit ihrem Manne zur Kirche ging und die sieben Kinder allein zu Hause ließ Diese waren anfangs still und fromm Nun aber hatte die Frau hinter den Ofen einen Beutel mit Nüssen und Äpfeln gestellt Den sie des Nachmittags ihrem kleinen Paten schenken wollte Den bekamen die Kinder zu sehen und darauf war es mit ihrer Ruhe aus Sie fielen über den Beutel her und schmauseten Äpfel und Nüsse auf, soviel deren darin waren Darüber erzirnte sich die Frau, als sie aus der Kirche zurückkam Und sie konnte sich nicht mäßigen, obgleich es am stillen Freitage war Sondern schimpfte die Kinder laut Und weil man kleine Diebe auch wohl Mausenmerten zu nennen pflegt So ging sie in ihrem Zorne so weit, dass sie ausrief Der Blitz, ich wollte, dass ihr Mausenmerten alle zu Mäusen würdet Einem solchen schrecklichen Fluche an dem heiligen Tage und gegen die eigenen Kinder Folgte aber die Strafe auf dem Fuße nach Denn kaum hatte sie die Worte gesprochen So waren auf einmal alle die sieben Kinder in sieben Mäuse verwandelt Die liefen in der Stube hin und her Mit bunten Leibern und roten Köpfen Wie die Kinder sie getragen hatten Da erschrak die Frau sehr und wußte nicht, was sie in ihrer Angst anfangen solle Mittlerweile kam der Knecht und öffnete die Tür Und nun liefen die sieben Mäuse alle auf einmal durch die offene Tür zur Stube hinaus Und aus dem Hause und immer weiter Über das Putminer Feld und das Günzer Feld und das Schoritzer Feld und endlich über das Dumsewitzer Feld In einen kleinen Busch hinein Die Mutter lief ihnen nach und weinte und jammerte und bat den lieben Gott, dass er ihr doch ihre Kinder wiedergeben möge Aber sie konnte sie nicht einholen In dem Busche hinter dem Dumsewitzer Felde war ein klarer Teich Auf diesen liefen die sieben Mäuslein zu Und erst an dem Ufer blieben sie stehen und sahen sich um Da erblickten sie die Mutter, die ihnen gefolgt war Und nachdem sie die eine Weile angesehen hatten Sprangen sie auf einmal alle sieben in das Wasser und gingen sogleich unter Als die Bauernfrau dieses Unglück sah, da wurde sie vor großem Schreck zu einem Stein Und rührte nicht Hand oder Fuß mehr Der Busch, in welchem dieses geschehen ist, heißt seitdem der Mäusewinkel Den Teich sieht man noch darin und an demselben auch noch einen großen runden Stein In den die Frau verwandelt ist Aus dem Teiche kommen alle Nacht die sieben bunten Mäuse heraus Und tanzten um den Stein herum eine ganze Stunde lang Von zwölf Uhr bis um eins Der Stein klingt dann, als wenn er sprechen könnte Die Mäuse singen dabei einen Gesang, welcher also lautet Herod, 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 du junge Brut Den Brütegamschall kamen So hebben die, doch gar tu fröh, den junges Leben nahmen Sitt der recht oben stehn, wat hie Fleesch und behn Um wie gan mit dem Kranse seven Junggesellen und führen Schellen Juche tom Hochtitsdanse Man sagt, dass dieses Lied bedeuten soll, dass die Mäuse und die Frau einstens Wieder in Menschen können verwandelt werden Dies soll auf folgende Weise geschehen Es muss eine Frau sein, gerade so alt wie die Bauernfrau Als sie aus der Kirche kam Die muss sieben Söhne haben Gerade so alt, als die sieben kleinen Mädchen waren Da sie verwandelt wurden Wenn die Frau nun mit ihren sieben Söhnen auf einen Karfreitag Gerade um die Mittagszeit in den Mäusewinkel kommt Und sie sich alle auf den runden Stein setzen Dann wird dieser Stein und die sieben Mäuse wieder zu Menschen werden Und sie werden gerade so aussehen und dieselben Kleider tragen Wie vor tausend Jahren zur Zeit ihrer Verwandlung Wenn dann die vierzehn Kinder groß werden So sollen sie einander heiraten Und sie sollen sehr glücklich und reich werden Denn alle Güter und Höfe ringsumher sollen ihnen gehören Sage 252 Der Erbdegen In der Gegend vom Dorfe Christo, unweit des Greifswalder Bottens Liegt im Felde ein Teich In welchem früher große Schätze sollen verborgen gewesen sein Die sind aber jetzt heraus Es lebte nämlich vor Zeiten Dort in der Gegend ein Bauer Zu dem kam eines Tages ein fremder Knecht Der sich bei ihm vermieten wollte Der Bauer fragte den Knecht Welchen Lohn er denn verlange Worauf dieser ihm erwiderte Was er verlange sei nur eine Kleinigkeit Die für den Bauern gar keinen besonderen Wert habe Dieser wisse nicht einmal, dass er sie besitze Weil der Knecht nun ein schmucker, ruhiger Mensch war So nahm der Bauer ihn auf Obgleich er aus seinem sonderbaren Begehren Wegen des Lohnes nicht recht klug werden konnte Der Knecht war auch treu und fleißig Und es geriet alles unter seinen Händen Was er vornahm So daß der Bauer ganz zufrieden mit ihm war Wie nun sein Jahr um war So trat der Knecht vor den Bauern Und verlangte seinen versprochenen Lohn Der Bauer erwiderte ihm aber Wie kann ich dir den geben Du sagst dir selbst Ich wisse nicht einmal Daß ich die Sache habe Die du begehrt hast Darauf sprach der Knecht Oben auf deinem Boden Hast du einen Erbdegen Den erbitte ich mir als Lohn Den versprach ihm der Bauer Wenn er gleich von dem Degen nichts wußte Sie gingen also zusammen Oben auf den Boden Dort zeigte der Knecht Ein altes ganz verrustetes Schwert Das hinter einer Latte Und am Dache steckte In einer Gegend In welcher der Bauer Sich niemals umgesehen hatte Das Schwert hatte keinen besonderen Wert Wie der Bauer bald sah Es war nicht einmal eine Scheide dabei Der Bauer sagte daher zu dem Knechte Er könne es sich nur nehmen Aber dieser entgegnete ihm Wenn ich es mir selbst nehme So kann es mir nichts helfen Du mußt es herunterlangen Und mir geben Der Bauer war das am Ende auch zufrieden Und es geschah so Am anderen Morgen nun Trat der Knecht vor seinen Herren Und bat ihn Einen Wagen anzuspannen Er wolle ihm nun zeigen Warum er den Erbdegen von ihm erbeten Der Wagen wurde angespannt Und sie fuhren zusammen hinaus Sie fuhren zu dem Teiche Von dem ich oben gesagt habe Wie sie dort angekommen waren Sagte der Knecht zu den Bauern Nun pass auf Was ich dir sagen werde Und was geschehen wird Ich werde So wie ich bin Mit meinem Degen In den Teich springen Dann wirst du ein schreckliches Stürmen Und Brausen des Wassers sehen Davon mußte dir aber nicht Angst werden lassen Sondern nun mußt du gut aufpassen Was weiter geschieht Und ob das Wasser danach schwarz Oder rot wird Wird es schwarz Dann ist alles vorbei Und es taugt nicht Und du kannst nur geschwinde Mit deinem Wagen umdrehen Und nach Hause jagen Denn sonst kostet es dir den Hals Wenn es aber rot wird Dann habe ich gewonnen Und du wartest ruhig Bis ich aus dem Wasser zurückkomme Als der Knecht das gesprochen hatte Stieg er vom Wagen Und sprang in den Teich hinein Die Spitze des Erbdegens nach unten gekehrt Er verschwand alsbald unter dem Wasser Sodass nichts von ihm zu sehen war Eine Weile blieb alles ruhig Allein auf einmal erhob sich tief unten im Teiche Ein dumpfes, wildes Tosen Das immer stärker wurde Und nach oben sich hinzog Darauf geriet der ganze Teich In eine erschreckliche Bewegung Die Wellen schlugen turmhoch in die Höhe Und brauseten so fürchterlich Das dem Bauern fast hören und sehen verging Er gedachte aber der Worte des Knechtes Und sprach sich Mut ein Und hielt die Pferde fest Die davonjagen wollten Nach einiger Zeit Wurde auf einmal alles wieder still Und jetzt sah der Bauer Wie der ganze Teich sich rot färbte Nun dauerte es auch nicht lange Da kam der Knecht aus der Tiefe des Wassers wieder hervor Er war wohlbehalten Und trug mit beiden Händen eine schwere Kiste Mit der stieg er ans Ufer Und legte sie auf den Wagen des Bauern Und zu diesem sprach er Das soll dein Teil sein Weil du mich gut gehalten Und mir den Degen gegeben hast Fahre du jetzt nach Hause Denn ich muss wieder in den Teich Und holen mir auch mein Teil Damit ging er in den Teich zurück Der Bauer aber fuhr mit seiner Kiste nach Hause Und wie er sie da öffnete Waren lauter alte Aber blanke Thaler darin Den Knecht hat er Zeit seines Lebens Nicht wieder gesehen Ende von Abschnitt 40 Abschnitt 41 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen Von Jodogus Timme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Sage 253 Der Kalfater oder Klabatermann In Pommern erzählt man sich folgendes Sobald ein neues Schiff fertig Und von seiner Mannschaft in Besitz genommen ist Zieht ihn dasselbe auch ein kleiner Geist ein Die Schiffer nennen ihn den Kalfater oder Klabatermann Er ist ein guter Geist Sowohl für das Schiff als für die Mannschaft Gesehen haben ihn nur wenige Denn es ist ein Unglück für den der ihn sieht Die ihn gesehen haben sagen er sei kaum zwei Fuß groß Er soll eine rote Jacke weite Schifferhosen Und einen runden Hut tragen Andere aber sagen dass er ganz nackt sei Je weniger man ihn sieht desto öfter kann man ihn im Schiffe hören Denn für dieses sorgt und mühet er sich ohne Unterlass Er hilft im Raum Die Ballen nachstauchen Er kalfatert das Schiff da wo kein Mensch zukommen kann Woher er auch den Namen hat Wenn der Schiffer in der Kajüte eingeschlafen ist Das Schiff aber von Gefahr bedroht wird Dann fühlt er sich plötzlich vom kleinen Klabatermann angestoßen Dass er erwacht und aufhört und nun geschwinde anordnet Was zur Abwendung der Gefahr nötig ist Die Schiffsleute wissen recht gut Dass dies alles der kleine Kalfater tut Sie sagen auch nicht anders als Hörst du wohl da ist er wieder Wenn sie ihn unten im Raume oder draußen an den blanken Handtieren hören Die Matrosen suchen sich gut mit ihm zu halten Denn den flinken Matrosen hilft er wo sie irgendeine Arbeit haben Dass sie frisch und gut von der Hand geht Er sorgt dafür dass die Tauer beim Einrahmen der Segel Auch beim schärfsten Winde nicht schlenkern Er erleichtert ihnen die halbe Arbeit beim Aufhissen der Anker Und wenn ein flinker Bursch von einem Schiffe auf ein anderes abgeht Dann gibt ihm der Klabatermann ein Zeichen mit Woran ihn der Klabatermann des anderen Schiffes kennt Damit er ihm eben so gut und helfend sei Die faulen und trotzigen Matrosen dagegen Zwickt und quält er und tut ihnen allerlei tort an Bis sie zuletzt flink und fleißig werden Und wenn alles nicht hilft So zeigt er sich ihnen zuletzt und schneidet ihnen Gesichter zu Dann ist es aber auch aus mit ihnen Denn wer den Klabatermann mit leiblichen Augen sieht Dessen letztes Stündlein hat geschlagen Die Matrosen tun ihm daher alles zu gefallen Und setzen ihm oft des Nachts von ihrem Lieblingsessen hin Von wem er so etwas annimmt und gegessen hat Dem ist er gar absonderlich gut Besonders laut und rührig ist der Kalfater Wenn Sturm kommt oder das Schiff sonst in große Gefahr gerät Man hört ihn dann an allen Ecken und Kanten Er sorgt für alles und hilft bei allem Dieser Geist wenn er einmal in ein Schiff eingezogen ist Weicht von demselben nicht wieder Als bis es zugrunde geht Wenn er das aber merkt und wenn er einsieht Dass trotz aller Mühe und Arbeit das Schiff nicht mehr zu retten ist Dann verläßt er es endlich Auch hierbei zeigt er noch seine Freundschaft für das Schiffsvolk Denn da man ihn nicht sehen kann So steigt er so hoch er kann Und stürzt sich dann von oben her Mit großem Geräusche vom Schiff in das Wasser Damit man ihn hören könne Einige sagen er steige bei solcher Gelegenheit Auf die äußerste Spitze des Buchspritz Und springe von dort her in die See Wer ihn aber dort sehe mit dem sei es für immer aus Wenn nun der Klabater Mann das Schiff verlassen hat Dann weiß das Schiffsvolk dass es mit demselben ein Ende hat Es legt jetzt keiner mehr Hand an Denn Rettung des Schiffs ist nicht mehr möglich Jeder sucht nur sich selbst zu retten So geschwinde er kann Denn man weiß auch Dass der Klabater Mann bis zum letzten Augenblicke Bei dem Schiffe und bei der Mannschaft aushält Manche behaupten Dass nicht jedes Schiff einen solchen Kallvater habe Sondern dass ein solches Glück nur wenigen Schiffen zu theil werde Denn die Klabater Menschen sollen die Seelen von Kindern sein Die tot geboren oder sonst vor der Taufe gestorben sind Wenn solche Kinder nun in einer Heide unter einem Baume begraben werden Und von einem solchen Baume irgend etwas zu dem Baue des Schiffes verwendet ist Dann geht mit dem Holze die Seele des Kindes als Klabater Menschen in das Schiff hinein Die dies behaupten sagen auch Dass ein solches Schiff das einen Kallvater besitzt niemalen zugrunde gehen könne Einige sagen dass man den Klabater Mann auch ohne Gefahr zu sehen bekommen könne Das muss man auf folgende Weise anfangen Man muss nämlich des Nachts zwischen 12 und 1 Uhr allein zum Spilloch gehen Und sie selbst durch die Beine durch und so durch das Spilloch sehen Dann kann man den kleinen Geist erblicken Wie er an der Vorderseite des Spillochs steht Wenn man ihn dann aber nackt sieht So muss man sich hüten Dass man nicht etwa aus Mitleid ihm Kleider zuwirft Womit er sich kleiden solle Denn das kann er nicht vertragen Er wird über solch Mitleid leicht böse Und meint man wolle sich dadurch mit ihm abfinden Sage 254 Das Brotmännlein in Stettin In Stettin kam eines Abends spät ein Bürgersmann aus dem Wirtshause Um nach seiner Wohnung zurückzukehren Als er wenige Schritte gegangen war Stand auf einmal ein ganz kleines Männlein mit einem großen, schweren Sack vor ihm Und fragte ihn Willst du Brot? Der Bürger erschrak, dass er nichts antworten konnte Wich auf die Seite und lief eilends davon Das kleine Männlein aber lief hinter ihm her Und war immer ganz dicht ihm an den Fersen Und als er endlich an seinem Hause angekommen war Da fragte es noch einmal Willst du Brot? Der Bürger antwortete auch diesmal nicht Da nahm das Männlein den Sack und warf ihn gegen das Haus Das klang gerade wie lauter Gold und Silber Gleich darauf waren Männlein und Sack verschwunden Sage 255 Das Waldhorn zu Galko In dem Herrenhause des Hofes Galko am Greifswalder Botten Welcher gegenwärtig der Familie von Wal zugehört Spukt es schon seit langen Zeiten auf eine gar sonderbare Weise Man hört nämlich oft, besonders in stillen Nächten Ganz deutlich den Ton eines Waldhorns Welches die Melodie des geistlichen Bußliedes bläst Herr, an dir hab ich gesündigt Dies Blasen geht manchmal durch das ganze Haus Meistenteils ist es aber oben auf dem Boden Von der Entstehung desselben erzählt man sich folgende Geschichte Vor vielen Jahren, als das gut noch bei einer anderen Familie war Lebte zu Galko einmal ein Herr, der ein sehr ausschweifendes Leben führte Wie der eines Abends in der Abenddämmerung mit seinem Kutscher von Greifswald zurückgefahren kam Da sah er am Wege ein Frauenzimmer stehen Die schön von Gliedern und Angesicht und mit herrlichen Kleidern angetan war Der Gutsherr ließ geschwinde halten und begab sich mit der Fremden in ein Gespräch Er sagte ihr viel Schönes und Liebes und sie war sehr freundlich gegen ihn So daß er in heißem Verlangen zu ihr immer mehr entbrannte Was er aber in seiner Liebeshitze nicht bemerkte, daß er sah auf einmal der Kutscher Nämlich daß das Frauenzimmer einen Pferdefuß und ein Hühnerbein hatte Und also der Teufel selbst war, der den Herrn auf solche Weise sich zu eigen zu machen gedachte Der Knecht kreuzte und segnete sich und rief in großer Angst seinem Herrn zu, was er gesehen hatte Darauf erkannte auch dieser den Teufel und er entsetzte sich dermaßen, daß er vor Schreck kaum wieder in seinen Wagen zurück konnte Der Teufel lachte ihm höhnisch nach Von der Zeit an hatte der Gutsherr keine Ruhe mehr Sein einziger Trost war nur, wenn er auf seinem Waldhorne, dessen er ein großer Freund war Die Melodie des Liedes blasen konnte Herr, an dir hab ich gesündigt Das Lied hört man seitdem jeden Abend und jede Nacht Denn auch nach seinem Tode muß er nun umgehen und es blasen Die Brennende Mütze In der Gegend von Greifenhagen lebte einmal ein Amtsmann, der sehr reich war Sein Getreide gedieh immer am besten auf dem Felde und seine Herden vermehrten sich von Jahr zu Jahr Da nahm er zuletzt einen Schäfer an, dem er auf dessen eigene Gefahr seine Schafherde verpachtete Von Stund an ging die Herde zugrunde Es ging beinahe kein Tag vorbei, daß nicht ein paar der schönsten Schafe starben Der Schäfer mußte sie mit schwerem Gelde ersetzen So daß er zuletzt so arm wurde, daß er kein Brot mehr im Hause hatte Bald darauf starb der reiche Amtmann Um diese Zeit ging der Schäfer einmal in den Wald, um sich etwas trockenes Holz zu suchen Damit er sich und seine Kinder gegen die Kälte schützen könne In dem Walde fand er einen Strick Und wie er gerade recht über sein Elend nachdachte So nahm er in großer Verzweiflung denselben, um sich daran aufzuhängen Auf einmal kam ein kleiner Mann auf ihn zu Der ermahnte ihn, von seinem Vorhaben abzustehen Und erst mit ihm zu den Wohnungen der Bösen zu gehen Das war der Schäfer zufrieden Und der kleine Mann führte ihn zu den Wohnungen der Bösen Hier sah er lauter brennende Menschen, die mitten in den heißesten Flammen steckten Unter denselben erkannte er auch seinen verstorbenen Herrn, den Amtmann Dieser brannte schrecklich und bat den Schäfer, er möge seine Frau von ihm grüßen Der Schäfer versprach ihm das, aber er meinte, die Frau werde ihm nicht glauben Wenn er kein Zeichen von ihm habe Darauf warf der Amtmann ihm eine brennende Mütze zu Die aber sogleich aufhörte zu brennen, als der Schäfer sie aufhob Dabei sagte er zu diesen, die soll er seiner Frau geben Als hierauf der Schäfer gehen wollte, sagte der Amtmann noch zu ihm Dass er ihn mit den gestorbenen Schafen betrogen habe Und er trug ihm auf, sich seinen Schaden von seiner Frau ersetzen zu lassen Der Schäfer ging zuletzt mit dem kleinen Manne wieder fort Dieser begleitete ihn bis an sein Haus Und sagte unterwegs zu ihm, dass er ja die Mütze nicht behalten solle Weil er sonst dahin müsse, wo der Amtmann sei Am anderen Tage ging der Schäfer zu der Amtmannsfrau Der brachte er den Gruß von ihrem Manne Und gab ihr auch die Mütze Wogegen er den Ersatz für die bezahlten Schafe erhielt Die Mütze behielt die Frau Aber sie hatte von dem Augenblicke an Dass dieselbe in ihrem Hause war Keine Ruhe und kein Glück mehr Sie ließ deshalb den Schäfer wieder kommen Und bat ihn, die Mütze zurückzunehmen Das wollte dieser anfangs nicht Als ihm die Frau aber sechstausend Taler bot Da ließ er sich verblenden und nahm das Geld und die Mütze Doch so wie er damit in sein Haus kam Wurde er auf der Stelle gefährlich krank Worauf er alsbald Mütze und Geld wieder auf das Amthaus schickte Die Amtmannfrau wollte die Mütze aber auch nicht behalten Und sie ließ sie daher in der Kirche des Dorfes einmauern Wo sie sich noch befindet Die Volkssagen von Pommern und Rügen Von Jodogus Timme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain In der Barkowischen Heide liegt, nicht weit vor dem Holzwege, der mitten durch die Heide geht, ein einsames Bauernhaus In demselben wurde noch vor wenigen Jahren eine tote Schlange gezeigt, von der man sich Folgendes erzählt In dem Hause wohnten vor langen Zeiten einmal Bauersleute, die nur ein einziges Kind hatten, ein Mädchen von vier Jahren Im Sommer ließen sie das Kind vor dem Hause spielen, wohin sie ihm auch des Mittags seine Milch mit eingebrockter Semmel brachten Wenn nun das Kind dies verzehrte, so kam jeden Mittag plötzlich eine große Schlange herbei, die sich zu ihm setzte und mit ihm von der Milch trank und von der Semmel aß Es fürchtete sich gar nicht vor derselben Wurde vielmehr so vertraut mit ihr, dass es sie ohne Scheu auf den Hals klopfte und zu ihr sagte, sie solle ihm nicht zu viel abtrinken Seinen Eltern sagte es nichts hiervon Als es aber eines Mittags viermal nacheinander Milch forderte, da fiel dies der Mutter auf Und wie sie das letzte Mal die Milch hingebracht hatte, blieb sie hinter der Tür stehen, um zuzusehen, was das Kind mit der vielen Milch anfange Auf einmal sah sie die Schlange herbeikommen, welche die Milch aufzehren half Darüber entsetzte sie sich, und sie rief ihren Mann zu Hilfe, der mit einem Knittel herbeikam, um das Tier totzuschlagen Das Mädchen weinte zwar sehr und bar den Vater um Gnade für die Schlange, aber er tötete sie doch Von der Stunde an schwann das Kind an allen Gliedern, und nach wenigen Tagen war es tot Sage 258 Die Vampire in Kasuben Im Lande Kasuben hatte sich, selbst vor nicht gar langer Zeit, zugetragen, dass zuweilen Kinder mit einer ganz feinen Kopfbedeckung wie ein zartes Mützchen auf die Welt gekommen sind Das werden sehr gefährliche Menschen, wenn sie gestorben und begraben sind Man muss ihnen daher das Mützchen abnehmen und es trocknen und sorgfältig aufbewahren Und bevor nun die Mutter nach ihren sechs Wochen zur Kirche und zum Opfer geht muss sie es verbrennen, dass es zu Pulver kann gerieben werden Dieses Pulver muss sie dann mit Muttermilch dem Kinde eingeben Stirbt nämlich ein solcher mit der Mütze geborener Mensch Bevor er auf diese Weise die Mütze selbst wieder aufgegessen hat So entsteht daraus das schrecklichste Unglück Er richtet sich im Grabe wieder auf und verzehrt zuerst alles Fleisch von seinen eigenen Händen und Füßen Samt dem Sterbehemde, das er mit in den Sarg bekommen hat Dann steigt er aus dem Grabe heraus und verzehrt nun die Lebenden Zuerst sterben seine nächsten Anverwandten, darauf die Entfernteren Einer nach dem Andern Wenn er keine Verwandtschaft mehr hat, dann macht er sich an die Kirchenglocken in seinem Dorfe Die läutet er des Nachts und nun muss alles sterben, soweit der Schall der Glocken reicht Jung und alt, groß und klein Gegen dieses Elend gibt es alsdann nur ein Mittel Man muss den Toten wieder aufgraben und ihm mit einem Kirchhofsspaten den Kopf abstechen Dann hört die Gefräßigkeit auf Sage 259 Die Wehrwölfe in Greifswald Vor 200 Jahren waren zu einer Zeit in der Stadt Greifswald eine erschrecklich große Menge Wehrwölfe Sie hatten besonders ihren Sitz in der Rokover Straße Von da aus überfielen sie alle Leute, die sich des Abends nach 8 Uhr außer dem Hause sehen ließen Zu der damaligen Zeit waren aber viele beherzte Studenten in Greifswald Die taten sich zusammen und zogen in einer Nacht gegen die Unhulde aus Anfangs konnten sie ihnen nichts anhaben Bis die Studenten zuletzt alle ihre silbernen Knöpfe zusammennahmen, die sie geerbt hatten und damit die Untiere erlegten Sage 260 Der Wehrwolf bei Zano In der Gegend von Zano trieb sich noch vor wenigen Jahren ein grimmiger Wolf umher Der Menschen und Vieh vielen Schaden tat Einmal hatte er sogar ein Kind zerrissen Da machten sich alle Bauern der Gegend auf und verfolgten ihn Schlossen ihn auch in einem Busche ein Als sie ihn hier aber erlegen wollten Stand auf einmal ein großer fremder Mann mit einer Keule vor ihnen Da erkannten sie, dass sie einen Wehrwolf vor sich hatten Dies war im Jahre 1831 Sage 261 Die Cholera Es gibt noch jetzt in Pommern manche Leute, die fest glauben, die Cholera sei im Jahre 1831 absichtlich ins Land gebracht Und zwar soll der Franzose das getan haben, damit das Land entvölkert werde und er es wieder gewinnen könne Um sein Vorhaben auszurichten, soll der Franzose auf allerlei Wegen Und unter allerlei Gestalten sich herbeigestohlen haben So erzählt man sich auch namentlich von Stettin folgendes Eines Tages kam durch das Berliner Tor ein Mann in die Stadt hinein, der eine große Kiste auf dem Rücken trug Der Mann sah sich ängstlich nach allen Seiten um und suchte unbemerkt an der Schildwache vorbeizukommen Die Schildwache bemerkte ihn aber und er wurde festgehalten und in die Wache gebracht Dort wurde ihm befohlen, seine Kiste zu öffnen Er weigerte sich dessen zwar anfangs, musste aber doch zuletzt Folge leisten Da fand man in der großen Kiste eine andere, kleinere In dieser fand man wieder eine und das ging eine ganze Zeit lang sofort So dass man immer auf eine kleinere Kiste kam Als man aber endlich die kleinste öffnete, da fand man darin ein ganz kleines, kleines Männchen Das war der Franzose, der die Cholera in die Stadt bringen wollte Sage 262 Der prophezeiende Täufling In vielen Gegenden von Pommern, an der Oder, bei Kolbatz, Wartenberg und an manchen anderen Orten Erzählen sich die Leute folgende wunderbare Geschichte Die sich im Jahre 1831 zugetragen hat Als von Westen der Krieg und von Osten die Cholera in das Land einzubrechen drohte Zu derselben Zeit fuhren nämlich eines Morgens früh Mehrere Bauersleute von jenseits der Oder nach Stettin Als sie nun den langen Damm durch die Oderwiesen passierten Hörten sie auf einmal unten aus der Wiese ein Kind rufen Nehmt mich mit Nehmt mich mit Die Bauern stiegen ab und fanden im Grase ein ganz nacktes, soeben geborenes Kind liegen Sie erbarmten sich des armen Würmchens, bei dem niemand war, und legten es auf den Wagen Sie berieten dann untereinander, was sie mit dem Kinde machen wollten Und sie kamen dahin überein, dass sie es zuerst wollten taufen lassen Sie gingen also damit zu einem Prediger in Stettin und baten diesen, dass er die Taufe verrichten möge Wozu er auch bereit war Als er aber die Taufhandlung eben begonnen hatte, begab sich er auf einmal ein großes Wunder Denn das Kind verwandelte sich plötzlich in ein Stück blutigen Fleisches Darüber entsetzten sich alle und der Prediger befahl den Bauern, dass sie das Fleisch an die Stelle tragen sollten Wo sie das Kind gefunden hatten Das taten sie Aber kaum hatten sie die Wiese im Rücken, als sie das Kind wieder erbärmlich schreien hörten wie vorhin Nehmt mich mit Nehmt mich mit Und wie sie nun zurückkehrten, fanden sie wieder das Kind, das sie des Morgens früh gefunden hatten Sie erbarmten sich deshalb noch einmal des hilflosen Würmchens und brachten es zum zweiten Male zum Prediger Dass er es taufen möge Allein, so wie der Prediger eben wieder die Taufhandlung begonnen hatte, verwandelte das Kind sich in einen Zander Zannert Fisch Der Pfarrer befahl ihnen daher zum zweiten Male, dass sie es zurücktragen sollten Die Bauern taten das, aber es begab sich wieder ganz dasselbe wie das vorige Mal Und als der Prediger das Kind jetzt wieder taufen wollte, verwandelte es sich in ein Brot Da sagte der Prediger, so wollen wir es denn aufschneiden und griff schnell zu einem Messer, um sein Vorhaben ins Werk zu richten Plötzlich aber wurde das Brot wieder ein Kind und wuchs augenblicklich, sodass alle es sehen konnten, bis es ein feiner Knabe geworden war Der sprach zu den Anwesenden Mich hat Gott gesandt, und ich will euch sagen, was das alles bedeutet, was ihr gesehen habt Dass ich Fleisch geworden bin, bedeutet Krieg und großes Sterben Dass ich Fisch wurde, das bedeutet Wassernoth Dass ich aber Brot wurde, das bedeutet eine fruchtbare Zeit, die darauf folgen wird Und wer die noch erlebt, der wird von allem genug haben und sich über nichts mehr beklagen dürfen Darauf ließ das Kind sich nun ruhig taufen Die Leute sagen, es solle noch in Stettin herumgehen Sage 263 Der Beamte mit dem roten Faden um den Hals Vor einiger Zeit war in Pommern ein vornehmer Beamter, der sich vieler Gewalttätigkeiten schuldig gemacht hatte Und zuletzt noch durch schwere Misshandlungen den Tod eines Unschuldigen herbeiführte Dafür wurde er zum Tode verurteilt Der König hat ihm darauf zwar das Leben geschenkt Aber befohlen, dass er zeitlebens einen roten Faden um den Hals tragen muss Zum Zeichen, dass er das Leben verwirkt hat Der Mann lebt noch, und der Schafrichter muss alle Jahre kommen Um nachzusehen, ob er den roten Faden noch trägt Sage 264 Die drei Schüsse nach dem lieben Gott Als es im Sommer des Jahres 1838 über acht Wochen lang jeden Tag regnete, sodass alle Saaten zu verderben drohten, war in der Gegend von Stettin ein Amtmann, der auch viel Korn auf dem Felde stehen hatte, das er nicht einfahren konnte Darüber wurde der Mann so erbost, dass er, anstatt zu beten, lästerlich dem lieben Gott drohte Wenn er nicht in drei Tagen an der Wetter mache, so wolle er ihm schon was zeigen Und als sie drei Tage um waren, aber kein anderer Wetter sich eingestellt hatte, da nahm er sein geladenen Gewehr und schoss damit in seiner gotteslästerlichen Verblendung dreimal gen Himmel nach dem lieben Gott Kaum hatte er aber den dritten Schuss getan, so versank er bis mitten an den Leib in die Erde hinein Und es war kein Mensch imstande, ihn wieder hervorzuziehen Man schickte zuletzt zu dem Prediger nach Stettin, aber auch der soll ihm nicht habe helfen können, sodass er jämmerlich hat sterben müssen Diese Geschichte ist in ganz Pommern bekannt geworden Sage 265 Der Teufel auf dem Tanzboden Es hatte sich seit langen Zeiten der Teufel in leibhafter Gestalt auf der Erde nicht wieder sehen lassen Die Leute sagen, weil er desto mehr unter anderem Gestalten umhergehe Vor einigen Tagen hat man ihn aber doch wieder einmal ordentlich als Teufel erblickt Es war nämlich vor einigen Wochen, im März des Jahres 1839, als ein Bauermädchen, die des Morgens zum Heiligen Abendmale gewesen war, desselbigen Abends auf einen Tanzboden in der Nähe von Stralsund ging und dort anfing zu tanzen, ohne der Heiligen Handlung vom Morgen her noch eingedenkt zu sein Da kam auf einmal ein Fremder zu ihr, der sie zum Tanz aufforderte Und wie sie dem zusagte und mit ihm tanzte, da konnte sie nicht wieder zum Aufhören kommen Denn der Fremde riss sie mit sich herum, dass ihr das Hören und Sehen verging Und ihr zuletzt das Blut aus Mund und Nase stürzte Die Musikanten am Spieltische hatten schon lange bemerkt, dass es mit dem unheimlichen Tänzer nicht richtig sei Denn sie sahen deutlich den Pferdefuß, mit dem er herumsprang Aber sie wagten vor Angst nichts zu sagen Als jedoch das Mädchen am Ende tot hinfiel und nun auf einmal der Tänzer ohne alle Spur verschwunden war Da erkannten alle, dass sie den Teufel, der sich sein Opfer geholt, einmal wieder in seiner leibhaften Gestalt mit dem Pferdefuße gesehen hatten Ende von Abschnitt 42 Abschnitt 43 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen Von Jodogus Timme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Sage 266 Die gebannten Glocken Nicht weit von dem Dorf Kirchdorf, in der Gegend von Greifswald, liegen zwei Teiche Ein großer und ein kleiner An der Stelle derselben haben früher ein Mönchskloster und eine Schmiede gestanden Nämlich das Mönchskloster, da wo der größere Teich liegt Und die Schmiede da, wo der kleinere ist Die Mönche haben aber ein sehr gottloses Leben geführt Und besonders auch in der Schmiede ihr Unwesen getrieben Da hatte sich denn eines Tages Gerade auf den Johannistag begeben Daß das Kloster und die Schmiede plötzlich versunken sind Und an ihrer Stelle hat man die beiden Teiche gesehen Seitdem sind die beiden Glocken von der Mönchskirche, welche mit versunken waren Alle Jahre auf den Johannistag aus dem Wasser hervorgekommen Und haben sich an das Ufer gelegt Wo sie sich von zwölf bis ein Uhr mittags haben sonnen können Um ein Uhr haben sie aber in die Tiefe des Teiches zurück müssen Das hat so gedauert viele Jahre Bis einmal ein Mädchen aus dem Dorfe in dem größeren Teiche Zeug gewaschen Das ist gerade am Mittag des Johannistages gewesen Als die Glocken sich gesonnt haben Das Mädchen, die hier von nichts gewußt Hat wie sie das Zeug gewaschen gehabt Auf einmal die Glocken gesehen Und auf diese, ohne sich dabei etwas zu denken Dasselbe zum Trocknen gehangen Das hat nun gewährt bis über ein Uhr mittags hinaus Und die Glocken haben daher nicht mehr in den Teich zurück können Sondern sind an das Ufer festgebannt gewesen Da haben sie lange gelegen Und es hat kein Mensch sie von der Stelle bringen können Die Bauern von Levenhagen Die damals gerade eine neue Kirche bauten Wofür sie noch keine Glocken hatten Haben es versucht, sie für sich zu nehmen Und einen Wagen mit Pferden hingeschickt, um sie abzuholen Auf den Wagen haben sie sie auch wohl bekommen können Weiter aber nicht Denn alle Pferde, die sie davor gespannt Haben nun den Wagen nicht von der Stelle zu ziehen vermocht Zuletzt sind die Bauern von Stoltenhagen gekommen Die auch keine Glocken in ihrer Kirche hatten Die haben den Einfall gehabt Einen Wagen mit Ochsen bespannt hinzuschicken Und die Ochsen haben sie denn auch von der Stelle ziehen können Seitdem hängen die gebannten Glocken im Turme zu Stoltenhagen Sage 267 Der Schwarze See und die gebannte Glocke bei Wrangelsburg Nicht weit von Wrangelsburg im Kreise Greifswald liegen zwei Seen Von denen der eine ein gelbliches Der andere aber ein ganz schwarzes Wasser hat In diesen letzteren, welcher der Schwarze See heißt Ist vor vielen Jahren eine Kirche mit drei Türmen versunken Das ist geschehen auf einen Johannistag An diesem Tag gehört man daher Auch noch alle Jahre die Glocken der Türme Unten aus dem See hervortönen So traurig und wehmütig Dass man es mit Worten gar nicht sagen kann Alle hundert Jahre dürfen zwei von ihnen Eine Stunde lang oben auf dem Wasser herumschwimmen Und ans Ufer kommen An einem solchen Tage geschah es einmal Dass zwei Kinder aus Wrangelsburg An dem See ihr Puppenzeug wuschen Und es zum Trocknen auf einer der beiden Glocken ausbreiteten Die gerade am Ufer lag und sich sonnte Dadurch wurde die Glocke gebannt Und sie konnte nicht zurück Die andere Glocke rief ihr zwar zu Anne Susanne, komm mit mir geschwind Aber sie antwortete ihr traurig Ich kann nicht Geliebte Gebunden ich bin Darauf mußte die andere Glocke Allein in die Tiefe des Sees zurückkehren Als nun die schöne, große Glocke so da lag Da versammelten sich die reichen Gutsbesitzer der Gegend Um sie auf den Thurm zu Gützko zu bringen Wo sie nur für sie geläutet werden sollte Das wollte aber nicht gelingen Und obgleich sie sechzehn Pferde vorspannten So konnten sie damit doch nicht von der Stelle kommen Da kam ein armer Bauer aus dem Dorfe Zaneco Mit zwei Ochsen des Weges Der spannte seine Ochsen vor Und rief Nun in Gottes Namen Für Reiche und für Arme Damit trieb er die Tiere an Und sie zogen ohne Beschwerde die Glocke nach Zaneco Wo sie auf den Thurm gehangen wurde Die Glocke in Zaneco Sind noch jetzt die besten im Lande Der Schwarze See hat neben vielen anderen Fischen Auch sehr große Hechte Die das Sonderbare haben Da sie eine Krone auf dem Kopfe tragen Man kann sie aber nur sehr schwer fangen Sage 268 Die singende Glocke Eine Meile von Uckermünde Bei dem Gute Vogelsang Liegt eine große Wiese Auf der ehemals ein Dorf gestanden haben soll Vor langen Jahren Hütete hier einmal ein Hirt seine Schweine Als er sah Dass ein Schwein Immer an einer und derselben Stelle Die Erde aufwühlte Er ging daher zuletzt hin Und sah nun den Knopf einer Glocke Aus der Erde hervorragen Er rief mehrere Leute herbei Welche eine große schöne Glocke Aus der Erde herausgruben Die Stadt Uckermünde Machte darauf Ansprüche an die Glocke Und die Bürger kamen mit einem Mit acht Pferden bespannten Wagen Um sie zur Stadt zu holen Allein so viel sie sich auch abmühten Die acht Pferde konnten die Glocke Nicht aus der Stelle ziehen Während sie sich noch damit quälten Kam zufällig des Weges ein Bauer Aus dem benachbarten Dorfe Lukow Mit einem Wagen Vor welchem er zwei Ochsen hatte Der lud nun die Glocke auf Und seine Ochsen zogen sie ganz leicht nach Lukow Dort wurde sie im Kirchturm aufgehangen Wo sie noch ist Diese Glocke hat einen schönen singenden Ton Und wenn man genau zuhört So kann man hören Wie sie beim Läuten Immer vor die Worte singt Zu Burg Dom Gordon Sie soll dadurch das Auswühlen des Schweins Sau Und den Namen des versunkenen Dorfes Dem sie zugehört hat Bezeichnen Sage 269 Die Glocke in Stargard Als vor alten Zeiten Zu der St. Marienkirche in Stargard Eine Glocke gegossen werden sollte Wurde bekannt gemacht Daß alle Welche Paten zu der Glocke werden wollten Zu derselben Metall bringen Und in den Ofen werfen möchten Je mehr, je besser Darauf kamen viele Leute Und opferten zu der Glocke Was in ihren Kräften stand Die Reichen Ließen silberne Geräte Vor sich hertragen Die sie prunkend Vor ihren Augen In den Ofen werfen ließen Andere Brachten Messingene Becken Und Leuchter Oder auch nur einen zinnernen Teller Oder einen Pfennig Wenn sie nicht mehr hatten Denn jeder wollte sich Um die Glocke Ein Gotteslohn erwerben Zuletzt kam auch Eine alte Frau zu dem Ofen Sie war ganz arm Und man wusste Dass sie gar nichts hatte Die Leute verwunderten sich daher Was sie opfern werde Und man fing an Ihrer zu spotten Sie kehrte sich aber nicht daran Sondern zog eine Schlange hervor Die sie in den glühenden Ofen warf Einige unverständliche Worte In die Flamme hineinmurmelnd Was das bedeuten sollte Sagte sie keinem Aber als die Glocke fertig war Und zum ersten Male anfing zu läuten Da merkte man den Segen der alten Frau Denn von Stund an Verschwanden alle Schlangen rings um die Stadt Soweit man den Ton der Glocke hören konnte Sage 270 Huck up, so frett ich die Auf der Insel Rügen Besonders in der Gegend von Altefair Hat man ein Sprichwort Huck up, so frett ich die Hacke auf, dann esse ich dich Davon erzählt man sich folgende Geschichte Es war einmal auf Rügen Ein nichtsnutziger Knecht Der keine Erbsen essen mochte Wenn nun dem Gesinde Erbsen vorgesetzt wurden So fuhr er mit dem umgekehrten Löffel dahin So dass er nichts davon bekam Und sprach dabei höhnisch jene Worte Demselben Knecht Er ging es aber nachher sehr schlecht Und er kam nach einiger Zeit ganz arm Und hungrig wieder zu seinem vorigen Herrn Und bat den Um Gottes Willen um ein Gericht Erbsen Dann nahm der Herr eine Schaufel Mit der fuhr er verkehrt in einen Haufen Erbsen Und sprach zu dem Knechte Huck up, so mäht ich die Hacke auf, dann miete ich dich Sage 271 Das von Hexengeld erbaute Dorf Das Dorf Connerow im Kreise Greifswald Ist von purem Hexengelde aufgebaut Das hat sich auf folgende Weise zugetragen Nachdem nämlich das Dorf Im Dreißigjährigen Kriege Gänzlich zerstört und niedergebrannt war Und die armen Leute Sich in elenden Strohhütten aufhielten Wo sie besonders viel Von den Ratten und Mäusen zu leiden hatten Kam eines Tages Einer dieser armen Menschen Nach Wolgast zu einem Bäcker Um sich ein Brot zu erbitten Dem Bäcker klagte er auch seine Not Die er mit den Ratten und Mäusen habe Da bot der Bäcker ihm Einen schwarzen Kater an Mit den Worten Den solle er mitnehmen Der werde ihm das Ungeziefer wohl vertilgen Ihm auch sonst noch zu diensten sein Der Bauer nahm den Kater mit Dank an Wie er nun mit dem Selben in seine Hütte kam Da fing der Kater auf einmal an zu sprechen Und fragte, was er nun tun solle Der Bauer befahl ihm darauf Er solle ihm alle Ratten und Mäuse wegfangen Und sie auf einen Haufen bringen Das tat der Kater alsbald Und dann fragte er weiter, was er nun tun solle Er könne alles Da sagte der Mann zu ihm Wenn du alles kannst, so bring mir Geld Das tat der Kater gleichfalls Und er brachte ihm Geld die Menge So viel der Bauer haben wollte Als er genug hatte, gab er den Kater an die anderen Bauern des Dorfes Die nun auch so viel Geld bekamen, als sie sich nur wünschten Darauf bauten sie ihr Dorf wieder auf Schöner und besser, als es vorher gewesen war Wie sie damit fertig waren, konnten sie aber den Kater nicht wieder loswerden, da er ihnen doch verdächtig vorkam und es ihnen ängstlich bei ihm wurde Sie gingen deshalb zu dem Bäcker in Wohlgast und fragten, wie sie es zu machen hätten, dass sie des Katers wieder ledig würden Der riet ihnen, sie sollten nur eine Kiepe nehmen und zu dem Kater sagen Kater in die Kiep, dann werde er hineinspringen und dann sollten sie ihm das Tier nur wieder bringen Also taten sie auch Die Bauern zu Konarow sind von der Zeit reich und wohlhabend geblieben So dass sie später ihrem Könige, Karl XII., Geld in die Türkei schicken konnten, wie wir oben schon erzählt haben Sage 272 Der Turm zu Wobesa Die Kirche des Dorfes Wobesa im Rummelsburger Kreise hat einen hohen weißen Turm Den man, da das Dorf auch sehr hoch liegt, bis weit in die See hinein sehen kann Deshalb war derselbe in früherer Zeit, als es den Schiffern noch an denjenigen Instrumenten fehlte Die ihnen jetzt die Schifffahrt erleichtern, den Seefahrern ein ebenso sicheres als willkommenes Merkzeichen Dies bewog auch, wie man sich in dem Dorfe und in der Gegend noch allgemein erzählt In alten Zeiten die Stadt Lübeck, die große Schifffahrt in die Ostsee trieb Alljährlich eine gewisse Summe Geldes an das Dorf zu bezahlen Wofür dieses den Turm immer frisch mit weißem Kalkanwurf erhalten musste So dass er desto weiter und besser auf der See gesehen werden konnte Ende von Abschnitt 43